Der Laufschwelle ist gar nicht. Ich habe oft schon wie ein Weiberler dabei sein. Er hat ja letzte Woche auch erst Anlauf gebraucht. Jetzt komm, ich geh mit, hol den Balli. Die Leiter, komm, dreh den Balli! Hallo! Wo ist der Balli? Suche mal! Die Leila, komm! Die Leila, komm! Komm, die Leila! 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 Jetzt, pass auf, jetzt schmeißen wir mal nach unten. Komm, die Leila! Komm, die Leila! Und, hopp! Irgendwo hin! Zug, Zug, Zug! Hohoi! Hohohohoho! Schau hin! Fein, fein, fein! Soll ich vielleicht mal beide Bälle schmeißen? Ja, es geht eigentlich gut. Probier's nochmal, das ist ganz gut gegangen. Okay, passt auf! Jetzt spinnt man! Oh, das ist die Beine! Super! Wie er krummelt, das gefällt mir! Kipp ab! Kipp ab! Kenn die Maus, komm! Die Geräusche gefahren mir! Ja, das ist dein Wald! Ja, ja! Komm, ich schmeiß von den Mädels mal den Wald! Jetzt hat er gemeint, der hockt! Der rufst du!